Österreich ist ja ziemlich verbaut und verkastelt und wenn wir jetzt für die Energiewende noch irgendwo Erzeugungsanlagen hinstellen wollen und Leitungen bauen wollen und Speicheranlagen bauen wollen, dann muss irgendjemand auf irgendeiner Grundlage entscheiden, wo das überhaupt noch passieren soll. Und das Stichwort lautet hier Flächenwidmung und dazu erzähle ich heute. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Nidober von der Umwelt- und Energierechtskanzlei Nidober und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Grasund. Es geht hier nochmals um das Erneuerbare-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, ein interner Entwurf, zu dem ich schon einmal berichtet habe und der nicht frei in der Luft hängt, sondern der auch nötig ist, weil die EU hier sozusagen mit der Erneuerbaren-Richtlinie Vorgaben getroffen hat und diese Vorgaben betreffen eben auch Fragen der Widmung und der Flächenausweisung. Ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich Stromleitungen. Dort, wo die Stromleitung gebaut werden soll, dort sollte man dann eben auch entsprechende Trassenkorridore ausweisen. Das soll künftig so erfolgen, dass die Netzbetreiber hier mal mit Umweltprüfung schon Vorschläge erstatten und dann die Umweltministerin auf dieser Basis eine strategische Umweltprüfung durchführt und dann eine Trassenfreihaltungsverordnung erlässt. Und die ist eine lässige Geschichte, die Trassenfreihaltungsverordnung, weil dort, wo die Trasse freigehalten werden soll, darf halt dann auch, wie der Name schon sagt, niemand anderer mehr sich selber hinbauen mit seinem Projekt und das Leitungsprojekt damit konterkarieren. Genau, und das darf der Bund regeln. Flächenwidmung ist ja eigentlich Gemeindesache oder Ländersache, würde man glauben. Aber bei bundeslandüberschreitenden Leitungen hat der Bund die Kompetenz dazu, das auch zu tun. In allen anderen Bereichen kann er den Ländern nur Grundsätze vorgeben und das versucht er auch mit diesem Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz. Warum? Weil die EU-Richtlinie sagt, es muss auch Beschleunigungsgebiete geben für Photovoltaik und Windkraftanlagen. Und das läuft jetzt auch ganz ähnlich. Da sollten dann wiederum die besten Gebiete ausgesucht werden und nach dieser mit Umweltprüfung natürlich strategische Umweltprüfung, Naturverträglichkeitsprüfung, wenn es erforderlich ist. Und auf dieser Basis soll dann das Gebiet ausgewiesen werden und dann gilt hier auch die Flächenwidmung als Grünland-Photovoltaik oder Grünland-Windkraftanlage. Das ist nicht unkomplex, weil in diese Gebietsausweisung sollen dann auch noch Maßnahmen reingeschrieben werden, wie die Umweltauswirkungen bestmöglich reduziert werden können. Und es ist auch politisch schwierig, weil man braucht für all das eine Verfassungsbestimmung und man greift in Länderkompetenzen ein. Da wird es also noch einiges zu diskutieren geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also wenn du da jetzt noch einmal les machst,poste hospit'den wir bei derailleurs Cecilie Klein oder einem so sehen wie mit ihnen im Gespräch. Die oder Check damit sind nicht ein Hast sisters, wo nicht sie es anbelangt haben. Bis zum nächsten Mal. Dann geht es uns beim Mallity-gged senzamöglichen. ZDF für funk, 2017